Halalala So, lihallo und herzlich willkommen nach einer ziemlich langen Zeit endlich zu Let's Play Ark mit mir und dem Dennis Hallo Dennis Hallo, seid gegrüßt Hat ja nur unzählige Stunden gedauert Was heißt Stunden? Tage? Nur weil du nie Zeit hattest Ja, mein, au Alter, willst du nicht verarschen Jetzt bin ich tot Echt? Ja Nein, du hast noch Leben Oder bist du echt tot? Ich bin tot Du bist ja nur ganz leicht geschlagen Bist du nicht tot Die kann nix mehr machen Ja, weil du auch unmächtig bist, wie ich war Wie ich war Als du mich gefotzt hast Schau, unser Ziel Oh, was ist das? Alter, zur Zeit spackt meine Grafikkarte so krass Was ist denn was? You are hot Ich bin heiß Oh shit Ich hab nix zu essen Oh Inventa Ja und Sag doch mal Was ist denn unser Ziel? Das weißt du ganz genau Irgendwie ja nicht Wir wollten noch mal den Wir wollten noch mal zum Stein schauen Ja, ich muss Wie der Bug verfolgt Das kommt hier von meiner Grafikkarte Das kommt von dem scheiß Spiel Was denn? Da wo die Stein Lauter Lauter Kreise um mich herum Aber nur im Wasser Kreise? Ja, Kreise Bei mir ist das irgendwie voll Keine Ahnung Geht's voll im Bach unter So, einige Patches sind mittlerweile Geht ausgekommen Keine Ahnung Keine Ahnung was da hier so verändern wurde BAM Ich gab neue Viecher Ja, das glaube ich auch Also bleibt immer noch dasselbe, man muss überleben Man muss abhauen von den großen Viechern Was läuft da hinten Oh, ein Raptor, ein Raptor Wo ist es? Ich töte es Das tötest du nicht Komm her, wo ist es? Ich sieh's nicht Oh, ich hab drüber geworfen Oh, es kommt auf mich zu Lol, bin ich scheiße Boot, 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 bool Und das war Dilo Anwende, irgendwo muss hier noch ein Speer liegen Oh, da liegen viele Speere Hast du meine Speere aufgesammelt? Nö, die stecken immer noch da auf, du dich aufhängen kannst Ne, da steckt kannst du mir das aufkommen, nur Panner Ich hab nur sechs Stück Oh, ne, nein Diese Biene Ahhhh Hast du's gesehen? Nur ganz kurz Eine fliegende Spinne Ahhhh Lol What the fuck Lol Kommst du wieder Ich hoffe, dass ich auch richtig finde Meine ganzen Sachen Wix hast du mich getötet Nein, hab ich gar nicht Das stand bei mir Du hast keine Beweise Hast du Glück gehabt Ich mach jetzt mal ein paar Sperre Weil sonst erzielen das mal Hier Den unterstellen Schönen Stein Zu erforschen Das brauche ich für den Kämpfeier Steine Wo sind meine ganzen Sachen? Die liegen hier Wo bist du? Ach doch Hier Oh, die schaut ja mal hässlich aus, ehrlich Ah, ich hab wieder alles Ey, selbst hier hab ich diese scheiß Grafienfehler Was ist denn das? Ich hab mir Fleisch geklaut Ich hab mir Fleisch geklaut Ah ja, und Level Up Echt, bin ich auch schon Level Up? Nö 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 Oh, was geht Was geht ich Was geht ich Was soll ich's gön? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Ein Bett Oder? Hast du das nicht schon längst? Nö, ein Bett hab ich noch nicht Ja, dann mach's Oh, geht nicht Ich hab nur 6, das kostet 8 Super Supi, ne? Supi, auf jeden Fall Ja, was kann ich denn noch Irgendwas will ich noch machen Die Schuhe Na mal Schuhe Drei hab ich noch Nein, das Fleisch ist vergammelt Mann Jetzt wollte ich mir was zu essen machen Wo bist denn du schon wieder hin? Ja, beim Feuer Ich will auch essen Ja, mein Essen ist vergammelt Das ist mein Essen nicht aber der andere da war das ist so für mich die Gegner oder Moment ich muss mein fünf Fleisch noch braten wir wollen ja mal so ein zum großen was für großen da hinten ich weiß nicht was da rumbleibt was da rumbleibt wenn es sieht so aus als würde da hinten irgendwas fliegen genau da ich muss gerade auf mein Fleisch aufpassen hey da sind Spinnen ja hey die Scheißviele kommt noch auf mich zu nimmst ich weiß nicht mal wo du bist wo bist du? ich komme lol es ist getötet ja hat mich viel ausgehalten das ist eine scheißfliegende Spinne ja genau die hat mich vorher auch an ich habe hier noch äh zwei Fleisch drinnen gell Kollege ja jetzt hab ich auch Fleisch, ich bin getötet jetzt hab ich noch drei Fleisch jetzt hab ich ein Fleisch noch drinnen ich komme schnell schnell bevor das scheiß Fleisch vergammelt hä wo muss ich hin da wo ich bin ha 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 ich geholz sammeln ich hab geschossen jawohl läuft bei dir scherr was nur ein 0,1 Gramm aber es kommt jetzt schon wieder auf mich zu wer nicht angegriffen oder du ich werde angegriffen ich weiß nicht, wenn du nicht angegriffen von was? von so'n Scheiß Dings wieder so'n Scheiß Spinne aber die geben einiges an Fleisch ja ich schwöre extrem viel acht Stück sind da noch drinnen lass mal essen spruch leben da fliegt ein Stein ey, danach töten wir das wenn nicht, weiß, was du wirklich meinst ich hab Übergewicht ich noch nicht zum Glück XS Inventory oh man jetzt muss ich irgendwas abwerfen oder du beginn zurück und du das ist mir viel zu weit dieser 5 Meter tust du 0 ach komm, diese 50 Meter doch nicht oh doch, diese 50 Meter jetzt bin ich schon schneller hier kann ich auch wieder springen jetzt kann ich kurz hinterlaufen ey, da ist ne Schökkröte ey, wir machen danach die Schökkröte im Platt, okay wo bist du bei unserem ich lau' gerade zu hinter du bist 100 Meter entfernt von mir oh, wo ist denn du das? ich seh das wo siehst du das? wenn ich da zu dir hingucke, seh ich das oh, Schökkröte darf ich sie töten? alleine schaffst du das nicht erst mal in die Steine hier in diese Chicken Lean aber mit ner Steinschleuder vielleicht schaff ich's ey man, ich hab gar nicht mal so viel Zeug wie viel Holz hast du? 47 ja, Holz kostet so viel ja, ich hab's gerade gesehen ich hab's Holz jetzt einfach mal weggepackt ey, hier ist noch Heid wir haben schon zehn äh, zehn Dings Fell Fell ja, gut hier noch Flinn, hier noch Hedge einfach alles schön reinpacken oh, die Kiste ist voll nö, die geht gar nicht voll, soweit ich weiß klar alles geht voll es geht nicht voll oder, geht's voll? ich schau mal ja, 500 kann klatschen so, ich laufe noch mal kurz zum Feuer ne, da ist noch einiges am Fleisch sag mal was ist jetzt in unserer Bude? was soll ich damit? lassen wir sie für immer hier, oder? ja, fürs Erste zumindest oh, es regnet weil ich weiß, dass man die austauschen kann mit dem, was man Neues kriegt alles okay ja, fürs Erste zumindest ich schau dich mal zum Stein wenn man irgendwann irgendeine geilere Position findet dann hauen wir natürlich ab ja was mir lange nicht so nicht der Fall ist jetzt muss ich mal was ablegen so, ich frage mich jetzt ah, da ist die Schildkröte die machen mir platt, okay der chill mal Level 3 ich bin noch nicht mal bei dir und du machst dich schon ey, da war es nass hier, du bist ein Kothofen jawohl gut als Dünger war ich das jetzt? du hast einen Mini-Kothofen gemacht das ist nicht meiner da ist die Schildkröte wollen wir draufgehen? jetzt hat der mein Speer kaputt gemacht das gibt's doch nicht was habt ihr für den Dickschädel? Alter, ich will der hält dir aus ja, der hat voll den Dickschädel ich will meine ganze Speere wieder, ne? das ist schon klar mach dann es fehlen noch zwei ich hab geschissen du hast die Speer geklaut wie viel Heid hast du denn gekommen? denn du gebraucht nicht mal ein Bett wie viel? ja sieben ich hab gar nix doch, ich hab eins ihr habt den da hinten, okay wen? den dicken nehmals, den schaffst du nicht glaub mir, keine Chance Alter, ist ja schnell Alter ich helfe dir nicht bitte! wie soll man ja, ich versuch ich Dennis daneben ich erwisch den einfach nicht der geht auch nicht, Dennis hau ab ja toll lauf weg genau wieder auf mich natürlich ich bin gleich tot lauf er ist tot der kann ja mal gar nix ich hab keine Speere mehr dann macht ihr doch mehr ich hab gar nix für die Speere was braucht man denn? Holz, Flint und Fiber ja, ich brauch Holz ich geh mal Holz sammeln und ich hab schon wieder geschissen warum scheiße ich ganze Zeit? auch gleich, das hab ich gegessen das war ja nicht mehr plant ich kacke gerne Holz, Flint und Fiber, ne? wir brauch ein paar Speere oh, danke ich darf hier, dass wir nur zu zweit sind machen wir ziemlich viel damage und so ich weiß, ich weiß ach, Holz, ein Speer ja, gut, gut ich kann weiter Holz sammeln noch nicht ein Prummer das war ja